Springen wir weiter zu Schalke 04, einer der beiden Trainerwechsel nach dem zweiten Spieltag neben Mainz, die uns in dieser Woche extrem beschäftigt haben. Manuel Baum ist es jetzt geworden und wir wollen am Anfang mal reinhören, was er bei seiner Vorstellung als Schalke-Trainer gesagt hat. Ich mit der Unterschrift trage dem Verein und den Fans gegenüber. Es ist eine große Aufgabe und vielleicht wird sich der ein oder andere fragen, ja, ist der Baum, ist der nicht zu klein für das Ganze. Aber lasst mich mal machen, denn ich weiß ganz gut, was ich tue. Lasst mich mal machen, das haben sich schon viele Schalke-Trainer in der Vergangenheit gewünscht. Lasst mich mal machen, ist auf Schalke nicht immer so leicht. Wird man ihn machen lassen? Alternativlos, man wird es machen müssen. Wer soll es denn sonst machen? Also du holst den Trainer, der muss dann doch schon seinen Job machen. Die sollen gucken, dass sie ihre Finanzvorstände hinkriegen und sonst alles andere regeln. Aber auf dem Platz wäre es mal ganz gut, wenn ein Trainer, pass auf, darüber muss man nicht reden. Die Frage wird sein, ja, Baum ist ein intelligenter Mann, der weiß, wo er herkommt. Also der hat noch nicht Real Madrid trainiert und Barcelona trainiert, sondern der Augsburg und jetzt DFB, der kennt ja alle Sprüche. Entweder du schaffst Schalke oder Schalke schafft dich, hat Assauer damals gesagt, Gott hab ihn selig. Das ist kein normaler Fußballklub. Das ist eine fiebrige Landschaft. Ist Baum dem gewachsen? Let's see. Die Chance aber müssen wir ihm doch geben, so wie er sagt. Lass mich mal machen. Und wenn es nicht gut geht, geht auch das wieder nicht gut. Aber hatten Sie erwartet, dass so eine emotionale Lösung gewählt wird? Also so in die Richtung Wilmots, ein ehemaliger Eurofighter oder eher ein erfolgreicher Ex-Spieler, auch aus einem anderen Verein, der eben eher so das Emotionale bedient? Oder war Ihnen schon klar, dass es eher... Es muss schon einer sein, der auch... Also was hat Ihnen denn gefehlt? Es hat Ihnen irgendein Plan gefehlt. Also wir nicht wagen, was hinterherwerfen. Aber das, was Sie zu Ende der letzten Saison veranstaltet haben, das war ja furchtbar. Also wir können gar nicht Fußball spielen, lass den anderen den Ball und so. Das kannst du auf Schalke nicht machen. Und dann fangen Sie die Saison neu an und holen sich, wie will, elf, zehn, zwölf, was weiß ich, was Sie gekriegt haben, will man gar nicht mehr wissen, in München. Da wusstest du, das kann so nicht weitergehen. Also was Sie jetzt brauchen, ist doch jemand, der Ihnen einen Plan gibt, der diesen Kader in irgendeine Richtung vorgibt, auch fußballerisch. Und Baum ist ein Taktikkenner, der war lange bei Sky, bei meinem alten Arbeitgeber, war der wirklich intensiver Berater. Und der hat die Dinge im Hintergrund auf den Tafeln vorbereitet, bevor dann vorne abgeräumt wurde. Also deswegen, der hat seine Stärken. Ob er im Spektrum auch hat, den Wahnsinn, den Schalker Wahnsinn zu domestizieren oder mitzunehmen, verbinden, noch sind keine Zuschauer dort da. Also das kann helfen? Das kann helfen oder es kann dich umbringen. Wenn zuletzt Schalker Zuschauer da gewesen wären, hätten wir Szenen gehabt, die möchten wir lieber nicht hören und sehen. Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass Baum auch zuletzt bei Sky als Experte aktiv war. Wie das manchmal so ist, holt einen die Vergangenheit schneller ein, als einem lieb ist. Denn er hat da vor kurzem die Abschlusstabelle für diese Saison getippt, wo natürlich noch nicht absehbar war, wo er landen würde. Und man kann es hier ein bisschen schlecht erkennen, aber auf Platz 15 hat er Schalke 04 gesetzt. Jetzt könnte man sagen, ja, Klassenerhalt sicher, damit sind schon viele beruhigt. Ist das ein guter Start? Schalke, merken Sie sich merkwürdigerweise Dinge, Jahrhunderte alt und vergessen, andere Dinge wieder fünf Minuten später. Also das werden Sie ihm nicht angreifen. Ich befürchte, nach allem, was man bisher gesehen hat, Platz 15 ist ein sehr vernünftiges Ziel. Und von da aufwärts ist alles better than this, aber nicht... Wie der Engländer immer zusammenfliegt. Wie der Engländer sozusagen fliegt. Nur nicht jetzt schon wieder Eurofighter. Es ist überall, immer kommt irgend so ein... Man springt immer wieder in die Vergangenheit. Es kommen immer und Euro und immer große Zeiten und eigentlich... 23 Jahre her. Gar nichts. Nichts. Platz 15 wäre, nach dem, was wir in der Saison bisher gesehen haben, nach den zwei Spielen, wäre Platz 15. Aber sowas von Picobello und vielleicht geht mehr. Sie müssen unendlich viele Baustellen befrieden, wieder zusammenbasteln. Ein Kader, wo du sagst, wer ist da noch da, wer ist ausgeliehen, wer kommt ständig und geht. Das ist ja wie hier beim KDW im Schlussverkauf in der Drehtür. Wahnsinn. Das alles plus Vorstand, plus Ausgliederung. Also wenn wir das alles hier runterbeten, sagst du dir, nee, das schaffe ich nicht. Das kann man nicht. Baum traut sich zu. Er traut sich zu. Lass mich mal machen. Lass gucken. Mit Naldo, das ist eine gute Idee. Die Co-Trainer-Idee, genau. Naldo müssen wir noch einmal drüber sprechen. Gaga oder genial? Genial. Warum? Weil eben, Baum, lass uns mal, pass auf, folgendes taktisches Konzept. Und Naldo, Jungs, habe ich alles schon erlebt. Lass uns mal, ich rede gern mit dir. Wenn das zusammen funktioniert, ist das eine geniale Idee. Aber es wird sich alles im unteren Bereich der Tabelle abspielen, egal wie gut dieses Duo da letztendlich harmonieren wird. Und es geht jetzt ja auch gleich nach Leipzig. Wir nehmen noch nicht vorweg, was Sie nachher bei Ihren Spieltag-Tipps dort gesetzt haben. Ich kann nur schon so viel vorwegnehmen. Leichter wird es für Baum dann nach dem Spieltag nicht werden. Wenn wir gleich in Leipzig wegputzen, dann reden wir am Montag hier ganz anders. So viel zu Schalke. Das Thema pfeifen wir damit ab.